Sobald ein Mensch schlecht ist, ist das ganz Erfolg auf einmal so. Einmal haben sie dieses Argument auseinandergenommen und haben gesagt, hä, du könntest Politiker werden. Du redest doch sowieso jetzt schon mega viel. Aber jetzt habe ich wegen der Hürden noch etwas zu sagen. Die Hürden sind, wenn man zum Beispiel einen Antrag macht, für eine Schnupperlehr, für einen halben Tag. Da muss man als Asylbewerber einen Antrag beim Migrationsamt machen.